Dieser Fordecosport steht hier zum Verkauf. Der schwarzfarbene SUV ist 5-türig, bietet Platz für 5 Personen sowie viel Stauraum fürs Gepäck. Der SUV verfügt über zahlreiche Ausstattungsdetails wie Einparkhilfe, elektrische Fensterheber, Sitzheizung, Bordcomputer, elektrischer Seitenspiegel und vieles mehr. Der Diesel überträgt eine Leistung von 95 PS auf ein Schaltgetriebe. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 18.440 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gerne Ihre Fragen. Autohausködler Ständig 1000 Ford auf Lager Größte Auswahl Bester Preis Bester Preis Bester Preis Vielen Dank.